Was für einen schönen Tag in meinem Haus hier. Wollen wir mal gucken, ob ich noch Essen habe. Ah, ich habe hier Essen, aber das reicht noch nicht. Ich muss zum Job gehen. Das mache ich dann mal. Morgen. Morgen. Och, nice. Jetzt ist diese Ho kaputt gegangen. Gehe ich dann mal hier hoch. Hallo. 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 Dann warte ich mal hier. Ich würde gerne eine neue Ho kaufen, eine neue Sense. Ja, 20 Dollar wären das. Kann ich auch mit diesem Goldstück bezahlen, was ich gefunden habe? Ah ja, können Sie auch. Schönen Tag noch. Danke. Danke. Schönen Tag noch. Ungeschenkt des Hauses. Job. Wo ist? Ah. Schönen Tag noch. Tschüss. 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 Hallo, ist einer da? Oh, Entschuldigung. Hallo. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie irgendwie Karotten? Ja, ich habe goldene Karotten im Angebot. Wie kostet das? Wie kostet das denn eine? Wie kostet das? Äh, 32 kostet 40 Dollar. Okay, dann übergebe ich das mal kurz. Und ein Geschenk des Hauses. Und ein Geschenk des Hauses, eine Global. Ach, muss ich kurz was in meinen Rucksack packen? Okay, danke. Schönen Tag Ihnen noch. Dankeschön. Tschüss. Dann ring ich mal zurück zu meinem Haus. Dann lager ich das mal. Tatatadada. Schön hier vorbei. So, guten Tag. Entschuldigung. Dann lage ich das mal hier ab. Und ja, sonst habe ich nichts zum Einkauf.